Ich begrüße euch zu meinem 14. Themenvideo aus der Reihe Denkmal drüber nach. Mein Name ist Jörg Schock und heute geht es um das Thema Gesundheit und Pharmazie. Jeder Mensch ist bemüht gesund zu altern. Ist dieses aber möglich, wenn auf dem Rücken der Gesundheit des Menschen übermäßiger Profit erwirtschaftet wird? Ist es ethisch vertretbar, jemanden die gesundheitliche Hilfe oder Vorsorge zu verwehren, nur weil etwas, was den Menschen gesund machen oder halten würde, nicht von Krankenversicherungen übernommen wird? Das Problem auf dem Gebiet ist jedoch tiefgründiger, als es den Anschein macht. Zu viele Ebenen mischen hier mit, um pauschal zu sagen, wo das Problem tatsächlich liegt. Ich meine, es ist unvernünftig, wenn der Profit über die Gesundheit des Menschen gestellt wird. Arzt sollte man werden aus Berufung und aus dem Bedürfnis, jemandem helfen zu wollen. Aber niemals, weil die Verdienstmöglichkeiten entsprechend hoch sind. Dieses führt zum ersten Punkt. Es gibt Arztpraxen, die sich nicht halten können, weil die Budgetierung von Ärzten meist den Unterhalt der Praxis nicht sicherstellt. Um seine Praxis nicht zu verlieren, greifen viele Ärzte bereits auf Igelleistungen zurück. Also Leistungen, die von den Krankenkassen nicht getragen werden und vom Patienten selbst gezahlt werden müssen. Es sollte aber von einer Krankenkasse alles übernommen werden, was für die Gesundung des Patienten förderlich ist. Dafür zahlen wir schließlich in die Krankenversicherung ein. Behandlungen, die medizinisch vonnöten sind, dürfen niemals auf die Patienten abgewälzt werden. Genauso muss ein Arzt die Möglichkeit haben, einen jeden Patienten entsprechend seiner Bedürfnisse zu behandeln. Eine budgetierte Festlegung, was ein Arzt wie oft in einem Monat abrechnen darf, grenzt schon an staatlich angeordneter unterlassenen Hilfeleistung. Keine Situation im Arbeitsalltag eines Arztes darf dazu führen, dass er nicht handeln darf, ohne Schaden zu nehmen. Um jedoch eine Überlastung der Krankenversicherungen vorzubeugen, muss mit den statistischen Schönrechnungen der Pharmaindustrie endlich Schluss sein. Ein Blutdruckwert, der vor 20 Jahren noch normal war, wird heute in die Sparte der Bluthochdruckkranken geschoben. Anstelle dem Menschen die übermäßige Einnahme von chemischen Substanzen zu ersparen, wird hier der Pharmaindustrie die Möglichkeit zum Abkassieren gegeben. Man könnte auch sagen, es werden Patienten ohne Not chemisch verseucht. Wie viele Medikamente, die nicht nötig wären, werden verabreicht, um im selben Zuge weitere Medikamente zu verabreichen, die Nebenwirkungen bekämpfen sollen. Trotz der angewendeten statistischen Manipulation, um die Verkaufszahlen der Pharmaindustrie zu steigern, sind diese nicht bereit, an der Produktion oder Weiterentwicklung von Antibiotika zu arbeiten, da diese nicht profitabel genug ist. Unterdessen steigt die Zahl multiresistenter Keime und der Mangel an Antibiotika. Ist das eine vernünftige Entwicklung? Das Beispiel mit dem Bluthochdruckwert ist leider gängige Praxis auf vielen Gebieten. Nur durch diese unseriöse Praxis verdienen sich die Pharmakonzerne eine goldene Nase. Aus meiner Sicht unberechtigt. Viele Ärzte machen dieses leider auch noch mit, indem sie Verträge mit diesen Konzernen abschließen. Wenn ein Medikament von Konzern A durch den Arzt empfohlen wird, fließen Zuwendungen aus der Industrie. Dieser Kreislauf gehört unterbrochen. Eine Zusammenarbeit zwischen Pharmaindustrie und Ärzten darf es nicht geben. Genauso kritisch sehe ich die Rahmenverträge zwischen Pharmaindustrie und Krankenkassen. Apotheker sind freie Unternehmer und sollten sich ihre Handelspartner selber aussuchen können bzw. uneingeschränkt entsprechendes Rezept den Patienten mit Medikamenten versorgen können. Die Krankenversicherung hat zu zahlen, was medizinisch notwendig ist. Eine Einschränkung durch die Krankenversicherung, von welchem Konzern eine Apotheke Medikamente an einen Patienten herausgeben darf, halte ich für unseriöses Geschäftsgebaren. Das schließt auch die derzeitige Praxis der Igelleistungen ein. Wenn ein Arzt der Ansicht ist, dass eine Behandlung von Nöten ist, hat die Krankenversicherung diese zu zahlen. Jedwede Eigenbeteiligung oder Rezeptgebühren gilt es abzuschaffen bei medizinischer Notwendigkeit. Abgesehen davon, dass durch diese Igeleigenbeteiligungen oder Rezeptgebühren finanzschwache Personen von der nötigen Behandlung ausgeschlossen werden. Das Problem wäre weniger groß, wenn sich die Behandlungspauschalen um Medikamentenpreise mehr an der Realität orientieren würden. Budgetierte Behandlungspauschalen sind zumeist zu niedrig angesetzt, sodass Ärzte um ihre Existenz fürchten und die Kalkulation der Medikamentenpreise durch die Pharmaindustrie schon mehr mit Wucher als mit nachvollziehbaren Margen zu tun haben. Es sollten Ärzte und Heilpraktiker nicht unterschiedlich honoriert werden. Findet eine Gesundheitsberatung statt, so sollten Ärzte und Heilpraktiker dieselben Sätze abrechnen können. Diese Situation führt dazu, dass die Zahl der Operationen stark angestiegen ist. Nachweislich wird früher als nötig ein Patient aufgemacht, als auf andere Behandlungen weniger Radikale zurückzugreifen. Es ist durchaus nachvollziehbar, dass sich Ärzte, um immer auf dem neuesten Stand zu sein, immer weiter fortbilden müssen. Ist es aber sinnig, wenn diese Fortbildungen auf Seminaren stattfinden, welche durch die Pharmaindustrie ausgerichtet werden? Natürlich kann die Pharmaindustrie auf solcher einer Schulungsveranstaltung ein neues Medikament vorstellen. Der Hauptteil und somit die Ausrichtung sollte jedoch vom medizinischen Fachpersonal organisiert sein. Auf keinen Fall sollte das Bewerben eines solchen Produkts dabei im Vordergrund stehen. Gehen wir aber mal weiter, so sehen wir auch eine Fehlentwicklung bei Medikamenten im Allgemeinen. Wieso sollte jemand Medikamente nehmen, die nicht medizinisch notwendig sind? Alle Medikamente sollten von einem Arzt autorisiert werden. Rezeptfreie Medikamente darf es meiner Ansicht nach nicht geben. Medikamente sind zulassungspflichtig. Ebenso sollte der Markt der sogenannten Nahrungsergänzungsmittel reguliert werden. Es gibt solche Präparate mit schädlichen Inhaltsstoffen. Eine Reparatur von solchen Schäden belastet das Gesundheitssystem zusätzlich. Bevor solche Kapseln oder Tropfen auf den Markt kommen dürfen, müssten diese wie Medikamente geprüft und zugelassen werden. Alles, was mit einem Medikament verwechselt werden kann, muss einer Prüfung standhalten, dass die angegebenen Versprechen keinen Werbegag darstellen. Wie seht ihr das? Schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr meine Ansichten teilt oder ob ihr es anders seht. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt es mit euren Freunden und gebt mir einen Daumen nach oben. Ihr könnt das Video auch gerne herunterladen und in euren Kanälen erneut einstellen. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich würde mich freuen, euch in meinem nächsten Video nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Ihr könnt mir auch gerne auf Facebook, Telegram und Twitter folgen. Euer Jörg und ich würde mich freuen, Untertitelung des ZDF, 2020